Auf geht's! Ja, steht. Komm mit dir gar nicht ran. Ich komm nicht ran. Okay. Ah ne, ich sitz schon wieder in dem Scheiß-Metall-Ding. Da steht er. NPC! Hör das nicht. Oh, Junge. Das würfelt einen echt komplett rum. Oh, what the fuck, Alter. Ich weiß ja gar nicht, dass was abgeht. Ui! Ui! Oh, Alter. Oh, oh. Wie schon mal? Ja, klar, doch. Oh, oh. 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 Alter, gleich kommen wir über Kopf durchfahrt. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann so ausgehen, Alter. Ich bin rausgezogen. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Das hat jemand verloren. Das stimmt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Junge. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich bin noch nicht erlöst, oder? Nee. Ah ja, mein Hals ist weg. Ja, ja. Oh, Jürgen, wie viele machen die denn noch? Oh! 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 Alter, wir sind jetzt ausgezogen. Die Fahrgeschäft zieht mich aus. Alter! In Stuttgart hat mich mal eine Vape fast erschlagen. Na was? Da hat jemand eine Vape im Fahrgeschäft dabei gehabt. Junge, das ist richtig heftig. Was die Kräfte angeht, ist das schon sehr krass. Hier stehen wirklich so vier der besten Fahrgeschäfte, die es so gibt. Das ist schon krass. Das war die Leute von Ladies Night. Die Damen fahrt zur Hälfte hier. Come on. Tickets lösen. Anschließend.